Hallo miteinander, ich darf dir meine Geschäftspartnerin Delvira Petterock vorstellen. Und das ist meine Geschäftspartnerin Danina Haltiner. Und zusammen sind wir das Team Kaka-Schuh. Slow, slow. Pipsa. Eine Mischung dazwischen. Ja, das ist so. Extrem sind nie gut. Oh Gott, der noch lieber jetzt. Nein, das ist ein bisschen blöd. Aber Starbucks sind nicht so meine Freunde. Salat. Sag ich. Da. Das ist schon schwierig zu sagen. Schnauze. Flurlingen. Nein. Nein, ich selber. Sag auch. Ich arbeite auch. Obwohl ich von Flurlingen komme. Ja, Party beim Schaffen würde ich sagen. Ja, aber ich bin bei uns zusammen. Tapp. Aber im Sinn. Man möge dich trotzdem. Aber gute Nachverschaft. Unabhängigkeit. Glück!